So, es geht wieder weiter mit Let's Play Battlefront 2. Im letzten Part haben wir zwei Raumschlachten geschlagen. Ich hole mir nochmal eine Garnison und einmal Sabotage, falls es noch ein Ding gibt, eine Raumschlacht. Und ich hole mir jetzt mal Uta Pau. Und ich habe so viele Quidlets. Was soll ich mit denen machen? Uta Pau war, glaube ich, eine recht schöne Karte. War ganz lustig. Oh, Panzer. Ich bin selten im Panzer. Ach, der kann auch schnell hier. Let's Sabotage. Wow, ist der Alarm. Das ist ja unglaublich. Auf. Los. Das schien weh getan zu haben. Da kommt meine Verstärkung. Ich habe hier schon mal ordentlich gearbeitet. Jetzt können es die Gegner machen. Oh, wie geht nochmal? Schießen. Ich habe es vollkommen verlernt. Über die zwei Sekunden. Oh, wahn. So viel zu ordentlich arbeiten. Das ist ganz schön fies, wie die hier über die Leute reden. Mit Abschaum und Gebellen. Hm. Eigentlich nur wegen Abschaum. Ist hier oben irgendwas gewesen? Nö. Oh, ein Stein. Geil. Ein Stein. Geh mal bitte weg hier. Ein Kommandoposten für das Imperium. Ihre Verstärkung schwindet. Können mir die Leute hier bitte helfen? Ach, sie nieder. Warum muss ich hier alleine einen Kommandoposten einnehmen? Und vor allem, warum schaffe ich das noch? Das ist der Hauptkommandoposten für der Gegner. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Wow. Eventuell schaffe ich das sogar mit Eroberungssieg. Wen sollen wir abschneiden? Oh, hi. Das war interessant. Ach, der ist da unten. Hi. Nimmt mal ein paar hier. Der Mahl-Detonatoren. Irgendwie ist es ziemlich brutal, hier oben zu sein. Denn die Gegner sind zu dumm, irgendwas dagegen zu tun. Aber ich kann auch nicht runterspringen, da verließe ich zu viel Leben. Da können mich die anderen zu schnell töten. Außerdem kann ich von hier oben ziemlich viele Kopfschüsse verteilen. Spawn nicht neben mir. Irgendwie bin ich gerade ein ziemlicher Spawn-Camper, oder? Egal. Die haben angefangen. Die müssen hier nicht spawnen. Kommandoposten verloren. Zurück holen. Die sind überall. Wie schafft ihr das? Ich meine, ich bin hier oben und... ...halte euch alles frei und... ...ir verliert Kommandoposten. Oh, nee. Ich habe so ein Feuerschoßgewehr. Aber es war, glaube ich, recht stark. Irgendwas war damit. Ja, das war ziemlich stark. Und präzise. Ui. Schick. Da scheint irgendwas zu sein. Wenn die da alle so hinten die Atme hier. Nix ist. Wir holen uns das hier. Brauchen wir nicht. Nichts kann das Imperium aufhalten. Außer Panzer. Die... ...können das Imperium aufhalten. Oh, Mist. Unsere Truppen lassen eine verstärkte Garnison aufmarschieren. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr nötig. Unsere Verstärkung wird reduziert. Ah. Warum wartet ihr da mit dem Typen zusammen? Also, so schön, wenn die Feinde nebeneinander stehen und Blödsinn machen. Aber jetzt, wenn die auf mich schießen, habe ich das eher weniger gern. Oh, hier ist ein Kommandoposten gar nicht gesehen. Erstmal einnehmen. Macht ja sonst keiner. Ich mag übrigens dieses Loch hier. Wer hat sich überhaupt gedacht, dass man hier ein Loch graben könnte, um da rein Städte zu bauen? Das ist irgendwie eine ziemlich dumme Idee, wenn ich mal so sagen darf. Vor allem, wie kam die erstmal hier hin, um die Städte zu bauen? Na ja. Ich habe es nicht erfunden. Es gibt übrigens nur noch zwei Gegner. Na wie? Der hat nur zwei Gegner, der braucht keine Verstärkung. Also eigentlich braucht er sehr viel Verstärkung, aber... Die wird er nicht aufbringen können. Niemals. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. Ein Kommando-Posten ist durch das Grund des Imperiums. Irgendwie konnte man sich hier drin verschanzen als Scharfschützen, aber das bin ich so viel. Ich könnte mich nochmal töten. Egal, ich habe gewonnen. Scheinbar wurden die letzten beiden getötet. Okay. Ich habe 40 Kills gemacht. Das ist schön. Die was von Uta Pau? Egal. Dann... Und wen? Los. Ach, die haben da hinten das Schiff. Ich dachte schon, die sind relativ nah bei mir. Komm mal da hin. Ist das eigentlich mein Planet da? Jo. Warum ist hier ein Planet von mir? Wählen Sie einen Bonus für die Bonus-Vorräte eingesetzt. Wählen Sie einen Bonus für die Bonus-Vorräte aktiviert. Mustafa war einer von den Planeten, die ziemlich schnell ziemlicher Mist werden können. Vor allem wenn ich hier starte. Die feindlichen Truppen haben vergrößerte Vorräte. Unsere Garnison wurde mit zusätzlichen Truppen verstärkt. Rebellenabschauung aufzunehmen! Rebellenabschauung schalte ich immer aus. Oh, fuck. Warum muss es genau jetzt sein? Bitte, Leute. Ist der eben reingerannt? Babao. Kannst bitte aufhören zu wackeln. Ach, kommt schon. Da ist noch einer. Der ist nett. Danke. Was? Ihr seid nichts... Das meinte ich übrigens mit. Das kann ziemlich schnell sehr schlecht werden, wenn ich hier starte. Die Rennen nehme ich einfach rein. Dank der guten KI. Danke. Ich muss nachladen. Wie ich hier kaum was sehe und einfach nur die Umrisse abschieße, weil es hier alles wackelt. Ich habe ein Strahlengewehr und Schadensreduktion. Hört doch mal auf, mich hier zu schieben. Himmel, Herrgott. Wie kann da hinten der Posten erobert werden? Ich schieße doch am laufenden Band Gegner ab. Da wieder die Kraftausdrücke. Abschaum. Und das war's. Ansonsten wärt ihr schon längst tot. Ich habe nämlich diese 20 Kills da wieder aufgeholt. Die ihr dank euren Suizidaktionen da veranstaltet habt. Wäre froh, wenn die die Tür wieder öffnen würden. Da. Danke. Wo ist eigentlich... Ich rück mal hier wieder vor. Diese Türen sind langsam. Los, Tür. Sei nicht so langsam. Danke. Kriege ich auch mal gute Neuigkeiten? Fände ich... ganz schön. Da ist einer von mir. Spürtrupp. Was macht der Spürtrupp hier? Ja, das war nicht schlecht, glaube ich, mit der Garnison. Irgendwie habe ich mich gerade gefühlt wie Rambo. Auf so eine Erhöhung zu stellen und dann da einfach reinzustreuen. Hat zwar nicht so gut geklappt wie in dem Film, die ich nie gesehen habe. Tatsächlich nur Ausschnitte. Oh, hi, da war ein... Der mal der Donator. Wann lag der denn da? Hä, wie? Ich lebe noch. Oh. Ach, das sind meine. Ah, Leben. Himmel. Was ist wohl, der Quatsch? Schießt keine Raketen auf mich, Leute. Trotz meiner niedrigen Lebenspunkte habe ich Ideen besiegt. Und gewonnen. Das war doch schön. Aber ich glaube, das war jetzt erst die erste Schlacht. Kann das sein? Mustafa. Gut. Ich nehme noch den Scheiß da. Ich meine natürlich den Quatsch. Oh. Polismasa? Oh, das war der, dieser Komet da mit den Öffnungen für die, wie hieß das? Weltall, ne? Da, genau das da meine ich. Juuu. Energieregeneration? Warum habe ich das bekommen? Wo schieße ich da hin? Wie, wie, wie habt ihr das geschafft? Ich bin gerade ein paar Sekunden hier draußen. Äh, du bist draußen, ich will rein. Mist. Da kann ich jetzt auch schießen. Komm schon. Marek. Also, natürlich meine ich das. Ganz nett. Die was? Die was? Sag's bitte nochmal. Eventuell könnte ich den bekommen. Hi. Warum habt ihr so viel Leben? Wenn ich das mal so fragen darf. Wie habt ihr so wenig Leben bekommen? Also, so wenig Soldaten. Was scha... Wie? Oh Gott. Ja, die sterben am laufenden Band. Wie machen die das? Ich nehme hier ganz allein einen Punkt ein. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. So. Jetzt von hinten halt. Ungewohnter Weg, aber... Wenn er funktioniert, habe ich nichts dagegen. Was schießt auf mich? Du schießt auf mich. Das ist immer so spannend, wenn man hier... ...ganz allein durch die gegnerischen Baumhefen läuft. Ich bin super mit der Art. Och Mann. Nehme ich halt den hier ein. Geht dann zurück zu dem da. Huch. Warum wird er mir nicht auf der Karte angezeigt? Vor allem, warum hat er mich nicht angegriffen vorher? Erst, bis ich ihn gesehen habe. Also, ich habe nichts dagegen. Können wir euch öfters machen. Wie macht er das so schnell? Das will ich auch so schnell können. Das ist ja ziemlich... Oh, danke. Irgendwie will die Karten mir gerade keine Gegner anzeigen. Ich weiß nicht, warum. Ich höre mal auf hier mit Anvisieren. Ich... Vielleicht doch nicht. Ja, kaum bin ich wieder hier bei den Gegnern. Gewinnen wir. Das war ein Kopfschuss. Ne, ne, komm, komm. Dann halt nicht. Oh, da ist er wieder. So. Sind die noch da? Ne, die gammeln da rum. Was auch immer die da machen. Gut. Hoffentlich kann die verstärkte Garnison etwas machen. So schlecht wie die sind. Also... So viel dazu. Ja, die versuchen da gerade den Punkt zu holen. Geht weg von meinem Punkt. Das ist meiner. Den habe ich selbst eingenommen. Das ist einer von meinen Deuten. Dann gehe ich mal weiter. Jetzt sehe ich auch mal den Rest von diesem Ort. Ist das nicht schön? So nehme ich den auch noch rein. Macht hier sonst keiner. Wir haben die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren. Den Kommandoposten ist den Feinden in die Hände gefallen. Oh. Da fahren... Schiffchen. Schön. Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Der Feind verliert Verstärkungstruppen. Ich gehe wieder zurück. Hätten wir das nämlich auch erledigt. Ich nehme nämlich gerade den anderen ein. Wo geht das eigentlich hin? Aua. Das tat weh. Ach, komme ich hier unten raus? Oder... Oh, tatsächlich. Den wirkannte ich noch gar nicht. Den bin ich nie gelaufen. Ich habe diesen Planeten so oft ignoriert, wie ich konnte. Gewann. Ich würde sagen, diese Folge ist beendet. Das war dann die vorletzte Folge. Die nächste wird dementsprechend die letzte. Wer hätte es gedacht? 20 Kills nur. Das war wenig. Das Imperium hat Credits für die Eroberung von Polis Mata bekommen. So. Weichern. So viel froh haben wir. Beziehungsweise plus die Minuten, die die Folge einnimmt. Damit würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Und wir sind uns dann in der nächsten und letzten, zumindest voraussichtlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020